Hallo und herzlich willkommen heute, mein Name ist Alex, ihr seid offensichtlich und heute gibt es mal ein Sunrise-Video der anderen Art. Denn ich glaube, das ist jetzt schon wirklich 8 oder 9 Folgen her, dort habe ich euch gesagt, habe ich eine Überraschung für euch. Dann ist mir das allerdings alles aus den Augen gekommen und ich habe es selbst total vergessen, weil jetzt auch die ganze Sache mit der Mafia anfing. Und deswegen bringe ich jetzt hier noch eine kleine Sunrise-eigene Folge, bzw. die Serie raus, und zwar die Sunrise-Rätselstunde. Ja, worum geht es in der Sunrise-Rätselstunde? Ganz einfach. Wir haben hier schon wirklich seit einer ziemlich langen Zeit eine Kiste in unserem zweiten Stockwerk stehen. Hier ist halt, wie gesagt, das erste Stockwerk. Oh, ist das erste Stockwerk. Super. Auf jeden Fall, in dieser Kiste ist ein Book & Quill, ich habe das schon mal durchgelesen, und hier steht ein Rätsel drin. Und das sind Rätsel, die ich mit euch teilen möchte, weil die könntet ihr auch lösen, wenn ihr Sunrise aktiv verfolgt. Seid ihr Manns genug, dieses Rätsel hier zu schaffen? Habt Glück, Fähigkeiten und seid klug? Äh, ich weiß nicht, also Glück habe ich eigentlich nicht. Fähigkeiten, umfällige Fähigkeiten habe ich sicherlich, und klug, naja. Wenn ja, dann viel Glück und Spaß. Ihr werdet es schon raffen. Der Unbekannte. Vorab möchte ich bitten, dass sich diese Person, der Unbekannte, bei mir meldet, weil ich habe mega Schiss, dass ich ein Rätsel nicht hinbekomme und dann selbst einfach nur dran hängen bleibe und dann diese gesamte Storyline einfach für den Arsch ist. Und das ist halt schon blöd. Deswegen bitte, bitte melde dich bei mir. Schreib mir irgendwie eine PN oder einen Kommentar oder über Skype oder sonst was. Sag mir, wer du bist, damit du mir im Notfall helfen kannst. So, das Rätsel ist nun dieses. Nun fangt an. Es ist an der Zeit. Wo alles anfing, seid ihr bereit. Dort sind Baum und Blatt, von dort aus wie ihr all ging. Seid ihr dort? Nun, dann ab nach Norden. Ein kleines Loch. Es ist kein Mord. Es wird euch aber auch nicht morden. Dies ist Band 1. Ja, ganz interessant. Ich werde jetzt mal darüber ein bisschen nachdenken. Und genauso gut könnt ihr das auch. Schreibt einfach mal eure Vermutung in die Kommentare oder eure Rätselslösung. Ihr kennt ja alle ganz normal Minecraft Sunrise. Was meint er mit diesem Rätsel wohl? Ihr könnt natürlich auch noch zurückspulen, euch das da pausieren, anhalten, ein bisschen drüber nachdenken. Und ja, vielleicht findet ihr eine Lösung. Wie gesagt, das ist so eine kleine Miniserie. Die wird halt so lange angehen, wie dieses Rätsel dauert. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Haut rein. Tschö.